Läuft die Aufnahme noch, Sig? 3, 2, 1, go! Ha, ich konnte auch klatschen. Weil mir konntest du überhaupt nicht klatschen. Voll mit Fuß gegen PC. Du weißt echt, oder? Digga, ist ja, was heißt PC? Das ist eher gesagt, das Gehäuse eines PC. Ich glaube, das Wort meins oder so. Alter, seit wann gibt's Wind? Ach so, warte mal, das ist bestimmt arm. Wo gehen wir hin, Passpa? Dr. Pass? Das sieht Tipo. Okay, Dusty, Sig, wir gehen Dusty. Hm, ja. Du musst erst mal gucken, wo das ist. Ach da. Haben wir dir markiert, Rot und Blau. Hm. Okay, springen wir ab. Dann würde ich sagen, ja. Los. So. Da unten, Seite. Ich will immer Shift drücken, wenn ich nach unten gehe. Sag mal, Sig? Ja. Bist ja immer noch im Bus. Im Bus? Warum bist denn du so langsam? Ne, ich bin hier. Hinter euch, direkt. So. Na? Bist jetzt grad wie viel langsam gewesen? Ja. Hm, vielleicht war das irgendein Leck oder so. Chest? Liegt bestimmt nicht an mir. Hier ist ne Chest. Ah nein, ich hab ein Sturmgewehr. Ja. Mit, ähm, blauen Sturmgewehr. Ach, grünem Sturmgewehr. Hier ist noch, ähm, Schalldämpfer. So, ah, ich hab hier was gefunden. Hm. Ich glaube, ich hab's kaputt gemacht. Okay, das war mal die Munition, das kann sein. Oh, schwere. Also, ich hab die neue Shotgun und Impulsgranaten. Hm. Dazu noch 190 Holz. No. Ich meine, man gönnt sich ja eh immer zu wenig. Sig, komm mal her. Ja. Wo bist denn? Ich bau grad den... Hinter dir. Ich hab dir was abgeholt. Ah. Ja, danke. Nicht machen, das ist viel zu laut. Also, du lockst dann immer solche kleinen Paletten, komm mal her. Vielleicht findet man hier so eine. Digga, du hast nen Schlufsack nicht mit. Ich war, ähm, da war ich noch nicht drin. Hier oben, sick. Hm. Solche Dinger abbauen, die bringen sauviel Holz hier oben. Ah, okay. Ähm, aber wie kommt man da hin, ist die Frage. Entweder brauchst du dich hoch, aber ach. Hier, komm mal her, hier ist Munition. So, ich hab's auch so hingekriegt. Okay, wo ist Munition? Ähm, Munition, ja, die war schon, die habe ich schon gelootet. Hier, komm her. Hm, ja, ich bin nochmal nicht so schnell. Du willst ja mal, dass ich überall hinkomme, aber, ja. Ja, nimm die noch mit. Wo, was? Das überfordert mich alles hier. Die Paletten, die, die unter dir. Die Paletten. Äh. Jetzt bist du dran vorbei, die Larch. Jetzt nehm ich sie mit. Hahaha. Ich dachte, die in dem Regal. Da waren auch welche, irgendwie. Ne, die kannst du auch mitnehmen, ist ja eigentlich egal welche und wie. Hier oben sind auch welche. Mhm. Genau. So ein Teuch, 400 Holz. Irgendwie backt das so rum heute. Ich, das, ey, was ist denn mit dem Spiel los? Das ist ja übeltscheiße. Die ganze Zeit leckt das so oder ruckelt so hin und her und, ich weiß auch nicht. Sieg, nimm die Paletten hier mit. Ja. Lass euch die Westen gehen zu dem großen Berg. Okay, ja, warte kurz. Sieg nimmt noch die Paletten mit. Ich hab 494 Holz, einen Backstein und 37 Metall. Ihr? Ähm, ich hab 134 Holz, 101 Steine und 113 Steine. Was, begib dich nicht so schnellen Zweikampf? Hatten? Oh, das hab ich letztens schon abgebaut, hier, das Auto. Ich hab's angehittet. Da kommen Erinnerungen hoch. So. Ich bin low. Ich bin echt low. Also von meinen Skills her bin ich ja auch low. Ich schieß einfach die Bäume an. Nicht genügend Munition. Hm. Dann eben das andere Ding. Ah. Die Frage ist, ob's was bringt. Da hinten sind welche. Ah, da ist noch jemand. Scheiße, ich bin down. Er hat mich gedownt. Warte mal. Pass mal Hilfe. Hilfe, pass! Aber die meisten sind schon tot, sie sind nur noch zwei. Hm, oh. Warte mal, jetzt bin ich auch down. Sicky ist death? Ja, ich kann noch kriechen. Kommt nicht zu den Gegnern laufen. Versuch zur Richtung Passbau und in Richtung Schutz, dass sie dich nicht sehen. Versuch dich zu verstecken. Hm. Das sick läuft bei den in den Schuss rein. Oh. Ja, kann man schauen. Aber wir müssen den Platz nicht sehen. Wollen wir nochmal eine richtige Runde oder wollen wir wieder schnell? Hm. Richtiger. Okay. Sick. Wie lange geht deine Folge? Keine Ahnung, ist schon die zweite. Die geht jetzt, äh, sechseinhalb Minuten, die zweite. Die erste ging, glaube ich, 16 oder so. Dann machst du wieder zwei Teile oder schneidest du das unter? Keine Ahnung, ist ja deine Entscheidung. No. Nein. Nein, Lukas, Lukas, das musst du jetzt bestimmen. Genau. Okay, ich bestimme, wir gehen alle Eis essen. Okay. Okay, du gibst deinen aus. Na genau, aber ich habe Aussagen. Das habe ich nicht gesagt. Doch. Ich habe gesagt, sick. Du hast gesagt, du gibst uns ein, ein aus. Ich habe es auch gehört. Das war, ähm, der Käfer, und seine Taschen sind voll mit viel Geld. Genau. So. Deshalb ist er immer so fett, da rennt ihr immer rum. Warte mal, aber jetzt steht wieder blitzschnell, danke. Da klaut mir mein YouTube-Money, meine Werbung, meine Werbeneinkommen. Deine Product Placements, gell? Gruppe konnte keine Verbindung aufgebaut. Was ist jetzt los? Hm. Dann, nee, lass wieder hier dieses, ähm, Last Flash Factory. Das hört sich gut an. Obwohl ich keine an. Das hört sich noch Flash an. Ja, genau. Okay, jetzt abspringen. Oh, ich gehe immer auf Escape, ey, das ist so ein Nubiker Fehler. Du weißt ja eh, wo der blaue Ding ist. Hm, genau. Okay, wo bist du schon mal? Also erst mal hier. Wir können ja mal versuchen zur Startinsel zu gehen, aber ich glaube, das geht nicht, haha. Hm. Was nimmst du eigentlich auf? Ja. Muss halt die Folge noch schlafen. Sieht aus wie dieser, dieses eine Gebäude, sieht aus wie der Stuhl von XXL hier. Mein Möbelhaus. Ja, genau. Heißt du ein Text? Nein. Wir machen gerade ein neues Match, ne? Äh, kann ich bei Jordan Kurz? Ne, geht gerade nicht. Also, also, wir machen gerade ein Match. Aber kann es dranbleiben. Hier ist einfach eine Toilette, oh nein. Also, hier ist einfach einer. Oh, ich muss so schnell jetzt eine Waffe finden. Ja, so wie mein Glück mich mag, ein taktisches Shotgun. Hm. Ich sehe hier erstmal nichts. Aber pass auf, hier ist irgendwo einer, gell? Hm. Boah, ey, das Bild wagt schon wieder so rum. Was ist denn das? Vielleicht ist meine Version nicht mehr kompatibel oder so. So richtig. Oder ich lecke einfach, das kann sein. Hier sind, hier ist eine Falle, Alter. Wenn ich den damit kriege, ey, ich glaube... Ich sag's dir, ich fress einen Besen. Äh, äh. Okay. Nicht wie ihr beweist. Mein Handy. Mist, ach du. Seghilfe, Hilfe, Segh. Warte mal. Soll ich dich wiederbeleben? Ja, das geht nicht mehr. Ja, ich bin tot. Ach so. Hab dich grad noch gesehen, deswegen dachte ich. Segh, hast du irgendeine Waffe? Ja, da ist eine, nimm die. Doch, ich hab eine. Ja, nimm die doch, schnell! Der wartet nicht auf dich. Doch, macht der. Ich hab mit dem geskypt, grad. Ich muss tanze an verbotenen Orten. Komm schon, Segh, den holst du. Hm, wenn ich wüsste, wo er ist. Aber immer zielen. Nicht! Ich schieß einfach auf die Tür. Komm, den hast du! Ich hab das Ding geplättet. Lad nach! Wie geht das? Mit R! Ach, mit R. Jetzt. Wer soll denn darauf kommen? Jetzt, aber Ziel nicht vergessen, gell? Achtung, der ist neben dir! Geh doch weg! Geil, so macht man's doch einfach nur. Aber glaub mir, das ist ja sozusagen mit einer deiner ersten Shooter, sag ich mal. Oh, Battle Pass, Stufenaufstieg. Ich bin Level 7 und hab einen Gegenstand freigeschalten. Und das ist ein Donut. Ein Symbol. Hm. So, dann geh ich mal auf bereit. Weil's jetzt so kurz war, machen wir noch eine Runde. Hm, das wollte ich auch sagen. Na. So, was ist hier eigentlich ein Spind? Banner? Kann man sich irgendwelche Skins halt holen? Und Emotes, ganz wichtig. Inventar? Ah ja. So, dann wird da Warteschlange. Kann man hier auch Sachen abbauen? Ne. Wäre ja lustig eigentlich. Ach, die Sounds sind echt übelst leise. Ah ja, mit Tab geht auch die Map auf. Äh, die Sounds müsstest du übelst laut machen wegen den ganzen Schritten und so, gell? Okay. So, jetzt gehen wir, wir gehen wieder. Ähm. Komm, wir gehen wieder hier auf Flash Factory. Ne, warte mal, da springen wir zu viele raus. Ja, springen wir viel zu viele raus. Hm. Da gehen wir hier in die Stadt. Äh, ah ja. Spring ab. Okay. Ah, da hinten bist du. So, da schreibt irgendwer auf Discord. So, du bist immer so weit vor mir. Ah, hier gehen auch viele hin. Guck mal. Echt? Sehr viele? Ja, relativ. Ja, okay, dann gehen wir hier auf die Brücke. Na. Da kriegt man wahrscheinlich auch guten Loot, wahrscheinlich. Ja, ich hab schon ne Pumpgun. Ja. Oh, ey, du erschreckst mich so doll. Ich... Irgendwann, irgendwann, ey. Hm. Jetzt kann ich dich ja nicht mal schießen, das ist ja dein Glück hier jetzt. Na, erst mal das Taxi ja down. Früher konnte man ja. Ach, früher gab's Friendly Fire. Genau. Oh. Oh. Aber wir zerstören mal nicht so viele Autos, das fällt nämlich total richtig auf. So, was sind wir auf der Luftbrücke? Nee, ich fand schon... Oh! Oh, die Grafik sieht grad geil aus. Hm? Kiste. Ah, Brust! Jawoll! Naikon. Ausgetragen. Das war hoffentlich ein Scherz. Ich hab' die Armbrust, die blaue. Oh, ich hab' hier noch was gefunden. Oh, ich hab' hier noch was gefunden. Ein Schildtrank. Na, nimm du den. Ah, mis... Willst du hier, ich geb' dir mal die Shotgun, weil du brauchst auch was... Komm, hast du schon ne Waffe? Nee, ich hab' nur die Spitzhacke. Komm mal her. Willst du... Ja, komm, ich geb' dir einfach die. Na? Ja. Das war ein bisschen besser als meiner, aber du musst ja auch irgendwas haben. Von daher. Ja, ich werd' die in Ehren halten. Und das will ich hoffen. Da oben ist es noch geliebend. Lisa! Was denn? Ich bin vor allem mit dem Tilted Towers weggefahren, der ist mir mit Eier über die ganze Map gefühlt gefolgt. Ja, und dann hab' ich ne Shotgun gefunden und dann hat er mich gerade eben dann gefühlt. Ich... Ich muss einen Gegner mit einer Armbrust fällen. What the fuck? Und ich hab' eine. Muss passbar übrigens auch. Hm. Ja, Battle Pass. Ich hab' nen Battle Pass Aufstieg. Hahaha. Oh, man mach' mir doch nicht immer alles vor der Nase zu hier. Das muss man auch bei dir. Das ist so'n inneres Bedürfnis bei mir, gell? Hm? Hm? Lootet der mir alles weg, ey? Ich kann kotzen. No? Vor allem die Armbrust hat unendlich... Geiler. Aha. Okay. Wieso schieß' ich das ab, ey? Sick! Alter, mach' das nie... Mach' das nie... wieder! Doch, gleich. So, erst mal hier... Ich muss mir angewöhnen, auf die Spitzhacke zu wechseln, bevor ich irgendwas... hier abbauen will oder so. Was gibt's hier noch? Was gibt's hier noch? Ah, hier ist noch was. Granate. Sehr gut. Ja, ja, kannst du mitnehmen. Dann hier noch eine Treppe. Mh. Mh. Ja, kannst du... Sick machst du jetzt noch eine Runde mit Team, oder? Ähm... Ihr könnt ja dann auch alleine machen, würd' ich sagen. Da beende ich jetzt hier die Folge. Ja, und dann würd' ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Schaut bei, äh, Syntex, falls ihr einen Kanal habt, vorbei. Und bei Darts.OKL. Und das... Bei mir auf YouTube, bei! Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Tschüß! Tschüß!